Herzlichen Glückwunsch, Peter, zu dem starken Sieg hier in Bozen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ein unglaubliches Gefühl. Also wir haben viele Ausfälle. Es sind viele Jungen ins Line-Up gekommen, die haben einen unglaublichen Job gemacht und ich glaube, wir haben heute verdient gewonnen. Hättest du dir das dieser jungen Mannschaft so zugetraut, diesen Auftritt hier? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gewusst, wir haben viel Qualität in der Mannschaft. Wir haben einfach nur gewusst, wir müssen hart arbeiten, unser System spielen und dann haben wir gegen jede Mannschaft auch mit der Mannschaft eine Chance. Die Red Bulls sind jetzt Gruppensieger. In der Auslösung trifft man dann auf allen Gruppen Zweiten. Siehst du das als Vorteil? Ich glaube nicht, dass es ein besonders großer Vorteil ist in der Champions League dieses Jahr. Es sind eigentlich nur starke Mannschaften im Bewerb, ob erster oder zweiter ist eigentlich egal. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein gutes Gefühl für die Mannschaft, den ersten Platz zu holen. Alles Gute, Dankeschön. Danke. Coach McEwen, congratulations on that winning here in Bozen. How does it feel? It feels good. I think that we definitely didn't make the game easy on ourselves. Going into the third with a 2-0 lead is a great advantage. And then, you know, a couple of really easy mistakes that, you know, Bozen's a great team. We can't give them that kind of space. They push back and, you know, stay resilient towards the end. And then we have to give a big credit to our youth today. I think we had 10 or 11 guys that have spent time with our farm team this year. Those coaches for getting these guys ready for this moment. They're all a part of this win today. How proud are you of this young team today? Really proud. I'm proud of the young guys. I'm proud of the older guys. It's a team sport, regardless of age. But we're just thankful that these guys were ready for this moment and they took advantage of it. How would you summarize the whole stage games of the Champions League, group stage? The group stage. Altogether, great hockey. That's what we were expecting. You're playing the best teams from Norway, Poland and, you know, one of the best teams in our league. And so, it was great hockey and we're excited for the next round. Thank you and good luck. Thank you.